Philipp Riefers, 3 zu 0, Niederlage in Regensburg. Wie würdest du das Spiel zusammenfassen? Ja, ein schweres Spiel heute für uns. Wir standen viel hinten, haben Regensburg das Spiel machen lassen viel, haben unsere Chancen nicht genutzt. Lange stand es 1 zu 0 und das Spiel war noch knapp. Und hinten raus haben wir dann ein bisschen den Faden verloren und konnten dann vorne auch keinen machen. Unter der Woche war die Ansage, wir schauen uns von Spiel zu Spiel. Jetzt gibt es ein Showdown-Wochenende. Zwei ganz wichtige Spiele. Wie geht ihr dieses Wochenende an? So wie die letzten Spiele auch. Wir stecken alles rein, was wir haben. Wir wollen die Top 6 knacken. Und das ist unser Ziel und da wissen wir, dass wir die letzten beiden Spiele Freitag und Sonntag Vollgas geben müssen und Punkte holen müssen. Ja, Christian, er auf 3 zu 0, Niederlage in Regensburg. Jetzt sind nur noch zwei Spiele zu spielen. Wie geht ihr jetzt die nächsten Spiele an? Wir gehen wieder mit vollem Einsatz in die nächsten Spiele. Der Kampf um die Plätze ist heiß und wir müssen schauen, dass wir in den letzten beiden Spielen punkten. Heute schien es ein bisschen, als ob das Tor zugenagelt wäre. Da ging gar nichts. Vor allem im zweiten Rittel viele Großchancen. Wieso konntet ihr euch da nicht belohnen? Ja, wir haben heute einfach die Tore nicht gemacht und Regensburg hat auch verdient gewonnen. In Zweikämpfen insgesamt waren sie stärker und man sieht schon, warum die oben in der Tabelle stehen. Es könnte am letzten Spieltag Showdown geben gegen Ravensburg. Was ist lieber? Früh fertig oder dann doch nochmal vor den Playoffs noch mal so ein hitziges Ding, um dann nochmal in die richtigen Stimmung zu kommen? Ich denke, wir spielen schon seit Wochen jetzt Playoff-Hockey, weil es einfach super eng ist dieses Jahr in der Liga. Und ich erwarte, dass der letzte Spieltag, dass da noch um alles geht und das ist doch für alle ein schönes Spiel.